Bereits seit 1990 arbeiten wir an der Serienentwicklung von Elektrofahrzeugen. Mit unserer Erfahrung gestalten wir zukünftige Anwendungen elektrischer Antriebe. So sind trotz hoher Standards einige Herausforderungen der Anhängertechnik noch nicht zufriedenstellend gelöst. Deutlich steigende Zuggewichte und Fahrzeugleistungen stellen hohe Anforderungen an die Bremssysteme. Und die Stabilität der Gespanne. Das Manövrieren ohne Zugfahrzeug verursacht hohe körperliche Belastungen. Und ohne Stromanschluss geraten mobile Systeme schnell an ihre Grenzen. Unser neues Hybridkonzept zeigt Lösungen zu diesen Herausforderungen. Die Hybridkomponenten werden in den Trailer integriert. Radindividuelle Elektromotoren, eine Lithium-Ionen-Batterie, sowie die Leistungs- und Regel-Elektronik. So entsteht ein eigenständiger Antrieb. Das Gespann aus Zugfahrzeug und Anhänger wird zum Hybridfahrzeug. Dabei übernimmt der Anhänger die Funktion des Antriebs und der Energiespeicherung. Wie in anderen Hybridfahrzeugen auch, werden bei Talfahrt die Elektromotoren als Generatoren betrieben. Die Bremsenergie wird zurückgewonnen und in der Batterie gespeichert. Diese Energie kann genutzt werden, um das Zugfahrzeug bergauf zu unterstützen. Damit sinkt der Kraftstoffverbrauch. Bei Kurvenfahrten stabilisieren die beiden Elektromotoren das Gespann. Das Eigenlenkverhalten des Anhängers wird durch radindividuelle Antriebs- und Bremsmomente verbessert. Zum Konzept gehört auch eine vollwertige Mover-Funktion. Für ruckfreies Manövrieren. Ein Novum ist das selbstständige Ankuppeln ans Zugfahrzeug. Dieses Konzept bietet noch weitere Vorteile. Möglich ist der Einsatz kleinerer Zugfahrzeuge. Der Zusatzantrieb lässt sich auch in unwegsamem Gelände aktivieren. Außerdem kann die gewonnene Energie für eine kontinuierliche Klimatisierung während der Fahrt genutzt werden. Und alles bei größerer Unabhängigkeit von Stromanschlüssen. Dieses Konzept bietet Möglichkeiten für unterschiedlichste Einsatzgebiete. Insbesondere für energieintensive Anwendungen bei größtmöglicher Unabhängigkeit. Es ist auch auf Transportfahrzeuge übertragbar. Mit dem Hybridsystem als Allradantrieb. Für emissionsfreies Fahren auch in Umweltzonen. Ein neues Hybridkonzept, das ökonomische Vorteile schafft und unserer ökologischen Verantwortung gerecht wird. Wir haben den Blick für das Ganze. IAV Ich bin engelang, das ist die Wegem champagne.